wir machen weiter ein kuhfußgrab wir haben den ersten abschnitt geschafft bleiben nur noch zwei und dann haben wir diese neben quest auch erlischt und ein noch mehr kannst du nicht genau jetzt kann ich gerade wie eine strahlung mann ich würde blau aufheben ja und jetzt tschüss dann so was haben wir denn hier schönes blaues gefunden das ist auf jeden fall eine waffe aber leider wochen wir die nicht kann man da und ein anderer post gegner noch obwohl vielleicht ist es sogar schon der richtige und es gibt doch noch eine zweite pyramide ja gut ich dachte eigentlich wenn man so ein sakofag öffnen kann mit viel raus da ich mich wieder mal getäuscht und das war doch nicht der richtige gang es war der mittlere und los ich irgendwann gibt noch gezogen oder wird und 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 Ich muss Kampfkampf geben, aber nö. Oh oh. Ui. Mein Glück, das haben wir noch gerade so geschafft. Leichenkönig, arbeite. So, machen wir das Ding erstmal wieder platt. Ach du Gott. Too much. Oh oh, schreckt er. Ein Ding will ich jetzt erstmal wegfloppen. Komm. Ja, gut. Oh oh. So war das. War aber nicht letztlich mal nur einer. Oh Gott. Oh Gott. Was mach ich hier nur? Ich pack alles. Weil ich wieder nicht warten kann. Ein Hexenmeister und ein Plammlöcher. Noch immer? Kannst du nicht halten. Dein Gepäck ist voll. Jo. Hallo. Wo? Wo the fuck. So. Na. Kann ich dir helfen? Jo, äh... Das... 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 Mögen die Götter dich beschützen. Und dann machen wir das noch schnell hier. Genau wie ich befürchtet hatte. All gut. Dein Gepäck ist voll. Ne, Stoß. Was macht denn? Ich muss umlagern. So, raus aus dem Drecksding hier. Starb das Kufu? Hä? Haben wir den nicht? Dein Gepäck ist voll. Ach. Mann, jetzt muss ich doch beamen. Schon wieder. Wer wollte den endlich haben? Ach, der komische Priester am Tor. No. Ja? Komm ruhig wieder. So, jetzt haben wir das Ding auch. Untertitelung. BR 2018 So, oh oh, das wird wieder böse enden. Wir können ja schon mal die kleine Seite hier fertig erkunden. Hier, wo kommt ihr denn her? Sind wir nicht von Blatt gelaufen? Ach ne, wir sind von der Ecke her, kommt bestimmt. So, oh, 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 oh. So, oh, oh, oh. So, oh, oh, oh. So, 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 oh. ja verhaut mich alle oops nein 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 So, Folgenpause. Spitze bedanke mich. Bis dann.